Was kommt eigentlich im handlungsspezifischen Teil der Industriemeister Metall vor? Wir schauen in den Rahmenlehrplan und in diesem Video sprechen wir darüber. In einem der vorherigen Videos haben wir über den Rahmenplan der Industriemeister mit der fahrrichtungsübergreifenden Basisqualifikation gesprochen. Worum geht es denn jetzt eigentlich bei der handlungsspezifischen Qualifikation? Das ist der sogenannte Teil 2 und der Name sagt es schon ein bisschen, da geht es um das handlungsspezifische. Das heißt, in diesem Video sprechen wir über den Industriemeister Metall. Das heißt, es geht um die Fachrichtung Metall. Du wirst wahrscheinlich wissen, es gibt verschiedene Fachrichtungen. Industriemeister Elektrotechnik, Industriemeister Mechatronik, Industriemeister Chemie, Pharmazie, Textil, Kraftverkehr, Schutz und Sicherheit und, 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 und. Und ja, jeder Industriemeister ist so ein bisschen anders und, ja, was erwartet sich beim Metall? Das schauen wir uns jetzt an und dann gucken wir direkt mal in den Rahmenplan rein. So, vor uns siehst du jetzt den Rahmenplan, da steht das, Rahmenplan für die handlungsspezifische Qualifikation. Und hier siehst du noch das Thema Fachrichtung Metall. Wo findest du eigentlich so einen Rahmenplan? Da habe ich dir mal hier die Webseite aufgemacht von dem DIAK Shop. Du siehst hier oben mal den Link, www.diak-verlag etc. Du musst das einfach nur googeln und dann kommst du schon dahin. Und zwar ist das hier geprüft Industriemeister Fachrichtung Metall. Du siehst hier die handlungsspezifische Qualifikationen und der Rahmenplan. Auch das ist ganz interessant. Gemäß der Verordnung von 1997. Ja, das heißt die Prüfungsordnung wurde 1997 festgelegt. Und seitdem hat sich das auch nicht mehr großartig geändert. Beziehungsweise es gab so ein, zwei Aktualisierungen, aber der Industriemeister Metall hat sich jetzt nicht grundlegend verändert. So, das heißt, wenn du diesen Rahmenplan haben möchtest, kannst du ihn bei der IAK selber auf der Webseite kaufen. So, gehen wir wieder zurück. Schauen wir uns jetzt mal an, was hier so drin ist. Und dann gehen wir schon hier auf eine der ersten Seiten im Inhaltsverzeichnis. Die Basisqualifikation hat einen eigenen Rahmenplan. Nichtsdestotrotz siehst du hier Teil 1. Also hier vorne steht das A. Das steht dann quasi für Teil 1. Nochmal diese fünf Fächer. Das ist diese Arbeitsrecht, Betriebswirtschaft, Methoden, Information, Kommunikation, Planung, Zusammenarbeit im Betrieb. Und unser Lieblingsfach NTG. Ja, also das ist das, was sich beim Industriemeister Metall in der Basisqualifikation erwartet. Aber das Dokument, was wir hier vor uns haben, befasst sich mit der handlungsspezifischen Qualifikation. So, wie ist das Ding aufgebaut? Und zwar siehst du am Anfang, römisch 1, es gibt die Technik. So, ein Technikfach. Und bei dem Industriemeister Metall, das ist jetzt sehr, sehr fachspezifisch für den Metallindustriemeister, hast du das Thema Betriebstechnik, was da so hinter steckt, schauen wir uns gleich mal an, Fertigungstechnik und Montagetechnik. Wenn du jetzt den Industriemeister Elektrotechnik oder Mechatronik oder Chemie oder Pharmazie machen würdest, dann würden hier logischerweise andere Dinge drinstehen. Aber beim Industriemeister Metall hast du genau diese drei Fächer. Dann haben wir noch ein zweites großen Bereich, römisch 2, das ist dann die Organisation. Dahinter verbirgen sich drei Fächer, betriebliches Kostenwesen, Planung, Steuerung, Kommunikation und das Thema Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz. So, dann hast du römisch 3, Handlungsbereich, Führung und Personal. Da geht es um Personalführung, Personalentwicklung und Qualitätsmanagement. Was du jetzt wissen musst, dass du bei deiner handlungsspezifischen Qualifikation zwei Prüfungen schreibst. Nochmal zur Erinnerung, bei der Basisqualifikation schreibst du fünf Prüfungen an zwei Tagen und bei deiner HQ, handlungsspezifischen Prüfung, schreibst du zwei Prüfungen an zwei Tagen. Das heißt, der erste Tag, da schreibst du dann die Technikprüfung, da wirst du drei Stunden, also 180 Minuten Zeit haben für circa so zwölf Aufgaben und am nächsten Tag schreibst du eine Organisationsprüfung, da hast du auch drei Stunden Zeit. Drei Stunden Zeit für diese Prüfungsorganisation. So, jetzt siehst du trotzdem noch römisch 3. Was bedeutet das? Was hat das auf sich? Oder ja, was führt das hier auf sich? Du schreibst nur zwei schriftliche Prüfungen bei der HQ. Jetzt ist es so, dass in deiner Technikprüfung fast nur Technikfragen sind, aber auch nur fast. Es können vereinzelt Fragen zum Thema Organisation in der Technikprüfung auftauchen. Genauso können vereinzelte Fragen aus Personalfügung, Entwicklung und QM in der Technikprüfung auftauchen. Es sind wirklich immer nur Kleinigkeiten, kleine Nuancen, die da auftauchen. Beim zweiten Tag bei der Organisationsprüfung dreht sich alles um diese drei Fächer hier, 4, 5, 6. Es kann trotzdem sein, dass eine Technikfrage dabei ist. Es kann auch sein, dass hier unten eine Personalführung- und Entwicklungsfrage dabei ist. Das kann passieren. Also, was heißt kann passieren? Das macht die IHK. Was ist jetzt mit dem römisch 3? Du hast nach deinen zwei schriftlichen Prüfungen, Technik und Orga, hast du noch ein Fachgespräch bei der IHK. Fachgespräch bedeutet, du bekommst eine Situationsaufgabe, dann wirst du dich vorbereiten in einem Raum, du wirst dich zurückziehen und dann wirst du vor deinem Prüfungsausschuss etwas präsentieren. Und zwar, wie du die Situationsaufgabe gelöst hast. Und dann wirst du dich noch einem Fachgespräch stellen, also so ein Frage-Antwort-Spiel. Und das, dieses ganze Fachgespräch ist sehr, 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 sehr stark bezogen auf Personalführung, Entwicklung und QM. Aber auch hier kann es sein, dass in den Situationsaufgaben einzelne Themen von Technik oder von der Organisation dabei sind. Das heißt, in der gesamten HQ-Prüfung hast du eigentlich diese neun Fächer. Die Technikprüfung ist sehr techniklastig, die Orga-Prüfung sehr organisationslastig und das Fachgespräch ist halt sehr Personalführung, Entwicklung, QM-lastig. So, was ist denn jetzt hier mit Betriebstechnik, Fertigungstechnik, Montagetechnik? Was sind da für Themen? Was kommt da so vor? Da blättern wir mal vor, dass du das Ganze mal siehst. Ach so, vorher schauen wir uns noch gerade die empfohlenen Lernstunden an. Und auch das ist ganz interessant. In einem vorherigen Video haben wir gesehen, dass für die Basisqualifikation 410 Stunden empfohlen werden. Das heißt, 400 Stunden für die BQ plus die 10 Stunden Lern- und Arbeitsmethodik. Und du siehst hier die HQ, da wird empfohlen 700 Stunden von der IHK. Das heißt, in Summe sind das 1110 Stunden, die da empfohlen werden. Ich habe schon mal gesagt in einem vorherigen Video, wenn du dir einen Bildungsträger aussuchst, achte so ein bisschen darauf, wie viele Stunden der anbietet. Das heißt, wenn dir den gesamten Industriemeister für 600 Stunden anbietet, dann ist das sehr, sehr, sehr sportlich. Irgendwie scheint da nicht alles dabei zu sein. Aber das musst letztendlich du entscheiden, mit wem du da zusammenarbeiten möchtest. So, jetzt gucken wir mal gerade rein, was wirklich sehr, sehr spezifisch für die Metaller sind. Betriebstechnik, Fertigungstechnik, Montagetechnik, was kommen so Themen. Also auch hier, dieser Rahmenplan hat 120 Seiten. Keine Sorge, da gehen wir jetzt nicht durch komplett. Wir geben dir nur mal so einen kleinen Einblick, was kommen da eigentlich für Themen drin vor. Das, was du hier zum Beispiel wieder siehst, ist genau wie bei der Basisqualifikation im Rahmenplan. Du hast so Überschriften, 1.1. Hier geht es um Auswahl, Festlegung und Funktionserhalt von Kraft- und Arbeitsmaschinen. Aha. Also Kraft- und Arbeitsmaschinen, das ist das Thema hier bei Betriebstechnik, das erste große Thema. Das heißt, hier geht es um Kraft- und Arbeitsmaschinen, Energieumwandlung, Turbinen. Guck mal, was gibt es sonst noch so hier. Motoren, Otto-Motor, Dieselmotor. Klar, kennst du aus deinem privaten Pkw. Das heißt, falls du da noch nicht so alles weißt, jetzt wirst du als Industriemeister deutlich mehr Informationen bekommen. So. Auch nur Arbeits- und Kraftmaschinen. Gehen wir mal weitergucken. Instandhaltung, das ist ganz interessant, das ganze Thema Instandhaltung kommt natürlich mit rein. Das heißt, das Ganze wird hier nochmal ein bisschen vertieft. Bei der BQ, da ist Instandhaltung im Rahmen von NTG. Laut Rahmenplan gibt es da so ein paar Themen zur Instandhaltung. In der Prüfung habe ich noch nie gesehen, aber ich verspreche dir, bei der HQ wird das Thema Instandhaltung auf jeden Fall drankommen. So. Hier haben wir wieder Instandhaltungsmaßnahmen. Was haben wir noch? Hydraulik, Pneumatik kommt ein bisschen vor. Energieumwandlung. Und dann schauen wir uns mal das Thema Fertigungstechnik an. Was kommt jetzt in Fertigungstechnik? So. Was haben wir hier? Fertigungstechnik. Der Name sagt es ja eigentlich schon. Fertigungsverfahren. Hier steht schrittweise das Verändern der Form und Stoffeigenschaften. Das heißt, du wirst sicherlich aus deinem Berufsleben oder aus deiner Berufsausbildung wissen, es gibt verschiedene Fertigungsverfahren. Und hier, da steht es auch schon, wirst du bei der HQ auf einige verschiedene Fertigungsverfahren eingehen. Hier steht schon Umformen, Fügen, Fügen durch Schweißen, durch Löten, durch Kleben, Beschichten von Werkstoffen, Sparen mit geometrisch bestimmten Schneiden, Sparen mit geometrisch unbestimmten Schneiden. Das heißt, das ganze Thema wird hier ein Bestandteil sein. Ich weiß nicht, ob ich es gleich finden werde. Das ganze Thema Hauptnutzungszeit berechnen wird dabei sein. Bedeutet, du bekommst dann in der Prüfung eine Skizze von einem Drehteil und dann wird die Frage sein, wie lange braucht man rein rechnerisch, um dieses Werkstück zu bearbeiten. Das nennt man Hauptnutzungszeit berechnen. Das heißt, auch das Thema Mathe wird natürlich auch irgendwo in der HQ mit auftauchen. Ganz Thema Werkstofftechnologie, das heißt, du wirst auch mit dem Tabellenbuch Metall arbeiten. Was ist eigentlich Stahl? Was sind Nicht-Eisenmetalle? Das Kohlenstoffdiagramm wird ein Thema sein. CNC-Programmierung wird ein Thema sein. Flexible Fertigungszelle. Was haben wir noch so Interessantes? Dann kommen wir schon zum Thema Montagetechnik. Okay, hier geht es um ganz viele Sachen, wie, was ist eigentlich eine Erzeugnisgliederung, wie sind technische Unterlagen und Zeichnungen aufbereitet, Stücklisten, Mengenstücklisten, Baukastenstücklisten. Das kommt hier vor. Genau, bei der Montage ist natürlich auch interessant, welche Fertigungs- oder Montageorganisation du hast. Ist es eine Reihenmontage, Straßenmontage, Taktstraßenmontage? Das sind natürlich alles interessante Themen, die sehr, sehr spezifisch auf den Industriemeister Metall gehen. So, was haben wir noch hier? Super Interessantes. Ja, CE-Kennzeichnung. Wir sind ja beim Industriemeister Metall, das heißt, wir reden ja auch in der Industrie um Maschinen. Und bevor einfach eine Maschine in Betrieb genommen werden darf, gibt es da so ein paar, oder es gibt gewisse Maschinen, Richtlinien aus der Arbeitssicherheit, die zu berücksichtigen sind. Und hier kommt schon das ganze Thema CE-Kennzeichnung. Es gibt auch dieses GS, geprüfte Sicherheitskennzeichnung. Darauf wird dann auch beim Industriemeister Metall eingegangen. Dann kommen wir schon zum Thema Handlungsbereich, Organisation. Das heißt, hier hast du die drei Fächer, betriebliches Kostenwesen, Planung, Steuerung, Kommunikation, Arbeitsumwelt und Gesundheitsschutz. Sorry, da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Wie gesagt, wenn du genau wissen möchtest, was in diesem Rahmen der Plan steht, empfehle ich dir, diesen dann bei der ERK zu erwerben. Wir gehen nochmal zurück auf die Übersicht, was dich so erwartet. Das hast du hier. Das ist all das, was eine HQ ist. Ja, also was nimmst du bitte mit aus diesem Video? Die HQ ist vom Umfang deutlich, deutlich mehr als die Basisqualifikation. Die ist mit 400 Stunden angesetzt, die HQ ist mit 700 Stunden angesetzt. Der Industriemeister Metall hat hier ganz spezifisch, das sind hier diese drei, das sind die, die nur beim Metall drin vorkommen. Und hier unten die, die 4, 5, 6, 7, 8, 9, diese Fächer, die gibt es dann aber in allen anderen Industriemeisterfachrichtungen auch. Das heißt, wenn du Industriemeister Elektrotechnik machst, hast du auch die Fächer, machst du Industriemeister Mechatronik, hast du auch diese blau markierten Fächer. Was man dir schon sagen kann, auch wenn das hier deutlich mehr Stunden sind, gebe ich euch schon mal ein Versprechen und das Versprechen lautet, es wird einfacher. Das heißt, du hast bei der Basisqualifikation angefangen zu lernen, du bist im Lernen drin, das heißt die HQ wird einfacher. A, weil du fit bist im Lernen, du hast das Lernen gelernt. B, hast du mit aller Voraussicht schon Erfahrung aus deiner Berufsausbildung, aus deinem Beruf. Das heißt, du wirst auf deine Berufserfahrung zurückgreifen können. Und dritter Punkt ist, sehr, sehr viel wiederholt sich. Ja, das heißt, du hast einen Ausbilderschein gemacht, AIVO. Da bist du mit Gesetzen umgegangen. Bei Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz geht es auch wieder um Gesetze. Ja, das ist Wiederholung. Was für einen Ausbilderschein, das Thema Umgang mit Menschen und Führung gehabt. Dann hast du das Ganze in der BQ im ZIP gehabt, Zusammenarbeit im Betrieb. Und auch hier kommt schon wieder das Thema Personalführung. Das heißt, auch das ist immer und immer wieder wiederholend und ist eigentlich ganz gut, dass das nicht alles neu ist, sondern dass es eigentlich aufeinander aufbaut und ganz, ganz angenehm zum Lernen. Ja, und wenn jetzt auch du wissen möchtest, wie du Industriemeister werden kannst, Industriemeister Metall oder eine andere Fachrichtung, Ja, dann komm doch gerne auf unsere Website www.bildungsfabrik-online.de Tragt sich das Kontaktformular ein. Wir werden mit dir Kontakt aufnehmen und schon bald ein persönliches Gespräch miteinander führen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan. Ciao.